Moin Moin liebe Freundinnen und Freunde der Artillerie. In diesem Video möchte ich auf die Frage eingehen, wie in der Feuerleitung die Streuung der Geschütze Berücksichtigung finden kann. Packen wir es also an. Wir bringen eine Geschütze Stellung. Es ist fehlerfrei vermessen und eingerichtet. Der Einschießpunkt ist exakt in Lage und Höhe bestimmt. Die Richtmittel des Waffensystems sind justiert und überprüft. Die V-Null-Abweichung des Geschützes wurde berücksichtigt. Es wird die gleiche Ladung und Geschossgewichtsklasse verwendet. Die Pulvertemperatur und die aktuelle Wettermeldung sind berücksichtigt. Es sind also sichere Schießgrundlagen vorhanden. Nun schießen wir mit unserem Grundgeschütz auf diesen Einschießpunkt die erste Reihe, also sechs Schuss. Dabei ergibt sich beispielsweise folgendes Trefferbild. Mit dem Schießen der zweiten Reihe entwickelt sich das Trefferbild weiter. Das Trefferbild wird nunmehr mit der dritten Reihe erweitert. Und schlussendlich erfolgt das Schießen einer vierten Reihe. Wir könnten so noch unendlich viele Reihen verschießen. Es entwickelt sich ein chaotisches Trefferbild, das der Längenstreuung, abgekürzt PER, also Probable Error in Range, und der Breitenstreuung, abgekürzt PED, also Probable Error Deviation, des genutzten Waffensystems, geschuldet ist. Diese Streuung entsteht durch die sich beim Schießen zwangsläufig verändernden innen- und außenballistischen Einflüsse auf die Geschosse. Ein Thema, das ich in einem anderen Video auf diesem Kanal näher betrachte. Legt man auf dieses Trefferbild ein Gitter, wird eine Struktur deutlich. Viele Treffer liegen im engeren Bereich um den Einschießpunkt. Diese Erkenntnis haben Waffenhersteller als erste erkannt, detailliert untersucht und mathematisch ausgewertet. Das Ergebnis zeigte, dass grundsätzlich 50% der Längenstreuung in diesem Streifen liegen und 50% der Breitenstreuung in diesem Streifen. Bei weiterer Betrachtung wird deutlich, dass in diesem Bereich um den Einschießpunkt herum viermal 6,25%, also in der Summe 25% aller Treffer liegen. Dabei handelt es sich um 2 PE der Breitenstreuung und 2 PE der Längenstreuung, die wir unter Bezugnahme auf unser Ziel in Metern ausdrücken können. Um ihn zu ermitteln, legen wir nun ein Gitternetz mit 50 Meter Sprüngen auf unsere Trefferübersicht. Wir erkennen, dass 2 PE der Längenstreuung und 2 PE der Breitenstreuung in einem Quadrat von 100 x 100 Metern liegen. 2 PE sind also in unserem Fall 100 Meter. Ich möchte daran erinnern, dass das Wirkungsschießen ohne Beobachtung mit sicheren Schießgrundlagen gegen Ziele mit einer Tiefe bis 200 Metern bei gleichem Teilring auf 3 Entfernungen zu erfolgen hat. Ausgehend von der Zielmitte muss dabei ein Abzug von 4 PE oder mindestens 100 Metern zur Festlegung der kurzen Entfernung und eine Zugabe von 4 PE oder mindestens 100 Metern zur Festlegung der weiten Entfernung erfolgen. Wollen wir nun die Streuung auf drei Entfernungen optimal nutzen, dann gilt es 4 PE, also in unserem Modellfall 200 Meter zu berücksichtigen. Damit liegt die kurze Entfernung 200 Meter vor der Zielmitte, also hier. Die weite Entfernung liegt damit hier. Mit der Ermittlung und Berücksichtigung der PE-Werte in den Feuerkommandos wird die Streuung des Wappensystems nicht ausgeschlossen. Die Wirkung des Feuers im Ziel wird allerdings durch Berücksichtigung der Streuung optimiert. Soweit zu diesem Thema. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wer an anderen Fragen zur Artilleristik interessiert ist, dem seien die anderen Videos in diesem Kanal empfohlen. Ich verabschiede mich hier mit einem kräftigen Zugleich.